Hallo, ich bin Tom Jennison vom Grundrechte-Komitee und Redakteur der Zeitschrift Bürgerrechte und Polizei ZILIP. Erstmal möchte ich auch, wie schon einige andere, nochmal dem RAV herzlich danken, dass sie diese Kunstgebung organisiert haben unter ziemlich widrigen Umständen. Widrig, da hier in Berlin das Versammlungsrecht in den letzten Wochen nicht mehr viel galt. Und die Berliner Polizei fast jede Meinungsgrundgabe, gerade in Solidarität mit Geflüchteten, etwa Autokorsos oder das symbolische Abstellen alter Schuhe, hier am Brandenburger Tor unterbunden hat. Doch so heftig wir derzeit alle von solchen Verboten und anderen staatlichen Versuchen betroffen sind, der Ausbreitung des Virus mit autoritären Maßnahmen zu begegnen, am stärksten betroffen sind bei wieder diejenigen, die eh am Rand der Gesellschaft stehen. Und ganz besonders die, die gerade deshalb zu Opfern des Virus werden drohen, weil sie schon jetzt Betroffene einer rassistischen Politik der Ausgrenzung sind. Nicht nur an den Außengrenzen, sondern mitten in Deutschland werden Geflüchtete weiter in überfüllten Lagern wie Ellwang untergebracht, in denen Schutzvorkehrungen wie Mindestabstände Pflicht nicht umsetzbar sind. Doch dort, an den Außengrenzen, zeigt sich Europa ganz unverhüllt als ein Europa der autoritären Maßnahmen, in dem rechtsstaatliche Garantien und Menschenrechte nichts mehr gelten. Bereits vor der Corona-Krise wurden die Grenzen geschlossen und das Grundrecht auf Asyl suspendiert. Das Virus wurde nun zum Anlass genommen, die Seenotrettung vollends zu unterbinden, wohl wissend, dass allein diese Maßnahme unzähligen Menschen das Leben kosten wird. Wir sind heute hier, um die Auflösung und Evakuierung der Lager in Griechenland zu fordern. In Lagern werden Menschen systematisch entrechtet und ihrer Selbstbestimmung beraubt zum bloßen Objekt staatlicher Maßnahmen degradiert. Das ganze Prinzip Lager negiert den Menschen in seiner Würde und Individualität. Nicht jedes Lager ist so albtraumhaft und unmenschlich, wie es die von der EU weiterhin tolerierten und unterstützten Lager in Libyen sind. Und nicht jedes Lager ist so systematisch verelendet, wie Moria und all die anderen in Griechenland. Doch in allen Lagern, in denen Menschen untergebracht sind, um sie besser verwalten, kontrollieren und gegebenenfalls abschieben zu können, sind sie unmittelbar ausgeliefert. Zu dem Zugriff und der Willkür der Verwaltenden und nunmehr auch einer Pandemie, die tödlich ist, vor allem für die Menschen, die geschwächt sind und keinen Zugang zu ärztlicher Versorgung haben. Wir fordern daher, gemeinsam mit den anderen anwesenden und zahllosen Menschen, die heute nicht mitdemonstrieren dürfen, die sofortige Auflösung und Evakuierung dieser Lager. Hier sein und mitdemonstrieren darf Luise Neubauer von Fridays for Future, die als nächstes sprechen wird. , bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!